Willkommen zurück bei Moritz Vater erstmal. Sorry dafür, dass in der letzten Aufnahme die Audioeinstellungen ein bisschen verkackt waren, kommt hoffentlich nicht wieder vor. Sollte besser sein, wenn nicht, dann tut es mir leid, aber als ich eben getestet habe, klang das alles charmant. Und genauso charmant machen wir auch hier weiter. Die Tafel sagt uns immer noch nichts, aber wir können jetzt hier rein. Dieses unglaublich logische Konstrukt an komischen Blutfasern, Wänden und Palmen, die dort drauf wachsen, mit Fenstern und einer Holztür und natürlich Vorhängen, die an den Seiten der unlogischen Holztür hängen. Das gibt Sinn. Ich kann mich nicht beschweren und also lasst uns hier rein gehen und schauen, was die Welt so bringt. Was? Ich hasse dich! Wie? Fuck! Ohne Witz, damit habe ich nicht gerechnet. Was zur Hölle? Geil! Okay, was ihr euch jetzt denkt ist, wow, da hat Marzai ein bisschen lustige Musik drüber gepackt, wenn ich jetzt mein Mikrofon nochmal ein bisschen richte so. Nein, dieses ist ein Film aus Rollercoaster Tycoon 2. Vielleicht haben es die ein oder andere von euch erkannt. Und das war ein Spiel in meiner Kindheit, in meiner sehr, sehr frühen Kindheit, so elf, zwölf, wo ich Stunden, Stunden an jedem Tag reingesetzt habe. Ich glaube, ich habe das mal drei Tage, jeden Tag zehn Stunden gespielt oder so. Und ich hatte die Angewohnheit, jedes... Man konnte einzelne Stände, also so einen ersten Stand oder eine Achterbahn, konnte man jeweils einen eigenen Theme geben, den er spielt, wie in der Realität. Und jedes meiner verkackten... Digger, meiner verkackten Attraktion in diesem Spiel hatte dieses Candyman-Theme. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Leute in meinen Park reingegangen sind und zwei Stunden lang dieses Theme in Dauerschleife hören mussten. Witziger ist nur, dass ich quasi zehn Stunden gespielt habe pro Tag und dieses Theme dann in der Dauerschleife lief, genauso wie jetzt. Das heißt, ich habe jeden Tag zehn Stunden dieses Theme gehört und dementsprechend bin ich einfach nur am Durchdrehen, wenn ich das höre, was Matze weiß. Und deswegen, wer das hier in die Fresse klatscht, ohne Worte. Ich habe übrigens ein bisschen Angst vor Jump-Scares, weil wir hier in komischen Gefilden laufen. Und ich weiß, Matze weiß genauso gut wie ich, dass ich Jump-Scares über alles hasse. Wir laufen hier übrigens durchs hohe Gras wie bei Pokémon. Oh, ich gehe mal ein bisschen weiter weg vom Bildschirm. Oh, bitte nicht Jump-Scares. Ich mache mal mein... Ich bin paranoid, ich weiß, aber man sollte nie... Ne? Ihr wisst genau, was ich meine. Das ist gruselig! Ich hasse das! Es ist eigentlich nicht gruselig, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Man sollte Matze niemals trauen. Was soll er? Oh, nein! Die Musik wird lauter. Ich renne jetzt einfach hier mal mit offenen Augen durch. Matze will mich leiden sehen. Kann ich hier irgendwas anklicken? Nein, er will mich einfach den unendlichen Weg laufen lassen. Mit dummer, verkackter Candyland-Musik. Ich hasse dich, Matze. Es hört nicht auf. Oh Gott! Und ich bin... Das ist schlimm, wenn ich wirklich Angst vor dem Jump-Scare. Und diese verkackte Musik hört nicht auf. Was zur Hölle, Matze? Was zur... Nein! Nicht noch schneller! Ich ertrage das nicht mehr. Mein ganzer Körper wehrt sich gegen dieses behinderte, dumme Vieh. Es muss dir sehr viel Spaß gemacht haben, verfickt und endliche Gänge zu machen, oder? Das muss eine tolle Map gewesen sein für dich. Kann das bitte endlich aufhören? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Das wird Abstand das beste RPG-Maker-Spiel aller Zeiten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Was zur Hölle? Ich weiß nicht, wie ich das noch kommentieren soll. Mein Gehirn schmilzt quasi daran. Ich habe dieses Gefühl, dieses Lied gibt mir langsam... ...aber sicher Krebs. Ich kriege einen Gehirntumor, wenn ich das noch länger hören muss. Da springt mir förmlich der vordere Hirnlappen aus dem Schädel raus. Und wir sind endlich am Ende angekommen. Ja! Was eine Erlösung, wirklich. Ich fühle mich gerade, als hätte ich irgendwie 20 Kilogramm Fäkalien ausgeschieden. Wow, shit! Ey, du alter Sack. Ey, das ist ein Handic. Ey, du alter Sack. Ich kann nicht sinnvoll synchronisieren, wenn wir Candyland mit irgendwie 200% erhöhter Schnelligkeit durchs Ohr läuft. Was zur Hölle? Ey, du alter Sack. Komm mit uns cool, Leute, und sei mit uns cool. Was er damit sagen will, ist... Wir brauchen dich, um einen Sohn zu stürzen. Aus völlig wichtigen Belang. No. No. Ihr wisst alle, wer das ist. Ich gebe euch mal ein paar Hinweise. Ich habe es auch schon gecheckt. Es ist ein alter Mann. Langjährige Zuschauer wissen genau, welchen meiner Freunde wir immer mit alt. Du bist alt, wir schimpfen. Und welcher meiner Kollegen hat ein Faible für Audio-Spams wie Walshipp oder No. Wir wissen es alle. Stellt bitte jemand diese Musik ab. Danke. Danke, dass mein virtuelles Ich auch endlich mal erklärt, dass diese Musik langsam nicht mehr geht. Oh, sieh's aus. Echt? Einfach so? Stimmt, ey. Wart du würde niemals so aufgeben? Niemals. Nö. Du armer Irrer. Komm, endlich mal. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein... Mama, bitte befreie mich von meinem Scheißlein. Oh Gott, Candyland. Jetzt ist es noch langsamer geworden. Du armer Irrer. Komm endlich mit, damit ich schnell wieder nach Hause kann, um zu beten. Odin. Odin. Nach Hause? I wonder, what's for dinner? Oh Mann. Dinner gibt es von mir, wenn du mir geholfen hast. Enough. My ship sails in the morning. Nein, du kommst mit uns. Hier sind... Was? Hier sind nirgendwo... WC, nirgendwo WC. Okay, das ist ein abgestelltenes Oh. Hier sind nirgendwo weit und breit Flüsse oder sonst irgendwelches Wasser. Hm. How can we help? Wie, 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 wie? Och. Jetzt redet er auch noch in YouTube-Pup-Sprache. Ich drehe durch. Der hat ja den Sprung in der Schüssel. Lustig. Witzig. Jetzt musst du so ein Zirpen kommen. Danke, Alex, für diesen Beitrag. Ich krieg langsam... Floreszieren die Hirntumore im Gehirn. Sie vermehren sich. Das ist der Song, zu dem ich sterben werde. Ich ertrag das nicht mehr. Ich hasse dich, Mann. Hör auf zu grinsen in diesem Moment. Ich weiß, wie sehr dir das Spaß macht. Immer kurz tief durchatmen. Tantrische Rituale durchführen und ein bisschen Ruhe und Frieden finden in diesen harten Zeiten. Und weiterlesen. Rüdiger macht's auch nicht besser. If you hear from me, no month, 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 month. Es besessen. Das stimmt sogar wirklich nicht. Okay, selber plan wie immer. Hau lieber auf die Fresse. Ja. Wir kämpfen gegen Rüdiger. Dieses dumme Bild. Das ist das Bild aus dem Dake-Tricks- und was weiß ich, Elmo-No-Scope-Video, was wir damals aufgenommen haben. Die Cowl of Duty-Elu-Tricks-Parodie mit mir. Rüdiger und Hendrik, die damals beide dabei waren, also Weehawk und Dake, die tatsächlich bei mir hier zu Hause waren. Und das ist echt das beste Bild von Rüdiger überhaupt. Sieht halt aus wie Gangster. You got a light. Nein, Entschuldigung, ich habe kein Licht. What? Ich habe kein Licht. You got a light. No. Warship. Denn after you scrub all the flaws of Hyrule, then we can talk about mercy. Eiswoll so viel wie kämpfen. Fast wie im WoW. Hm, cool, das Film ist geil. Derbe Techno-Mucka, wir kloppen jetzt den Rüdiger aufs Maul, denn er hat es verdient. Er heißt nur Rüdiger, weil er ist beliebt. Doch wir geben ihm, dem WoW, Superöger, jeder fürchtet es geirkt zu werden, fragt Lukas. Wir machen hochschwankenden Schaden und Rüdiger muss dafür bestraft werden, dass er so ein... Ach, ich kann nicht Freestyle rappen, was auch immer. Alex, der Stolze, macht jetzt auf jeden Fall Warframe-Moves. Er denkt, der wäre halt echt ein Ninja. Und wir haben Hendrik dabei, der wieder seinen Body kickt. Wobei, wir können jetzt den Zorn Odins, ne? Okay, wir werden den Zorn Odins probieren. Wow, zerstört die Kätze 822. Wow, wie viel Schaden hat der denn gemacht? Alter, mit Hendrik an der Seite kann uns nichts passieren. Take them away. Wow, there is no dinner. Doch, wenn du mit uns kommst. Wie, 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 wie. Ich, selbst ich verstehe es an dieser Stelle nicht mehr. YouTube-Boom sind eine Sache, die habe ich früher genossen. Heutzutage kann ich bei keinem einzigen angucken. Ich kann da nicht mehr drüber lachen, aber Rüdiger wird da glaube ich noch drüber lachen, wenn er 80 ist. Für das Verständnis, ne? Rüdiger gleich Wehawk. Muss ich hoffentlich nicht mehr erklären. Ah, ja, Rüdiger macht keinen Schaden. Das ist halt schlecht. Du bist schlecht, Rüdiger. Du bist schlecht. Du musst leiden. Ich werde dich weiter mit meinen mächtigen, mächtigen Attacken zerstören. Der Zorn Odins wird dich Ketzer vernichten. Du Japaner. Gut, finde ich übrigens auch das schlecht ausgeschnittene Kind. Ich weiß nicht, kann ich meine Maus hier ein bisschen bewegen? Nein, kann ich nicht. Aber achtet nicht, Kind. Achtet mal auf den Hals von Rüdiger jetzt in diesem kranken Modus mit seinen kranken Augen und seinem neuen roten Stab. Bet you can do this. Alter, ist das übrigens ein Cover von Matze und Alex? Weil das klingt auf jeden Fall nicht, oh Mensch. Egal. Okay, dieser Kopf kommt aus seiner dunklen Zeit. Woher weißt du? Matze weiß das, du Assi. Du Assi. So, der hat too many Toasters. Mann, ich will doch einfach nur B&B zocken, wenn mir die Geduld stimmt. Ey, wie lange muss mein Vater dafür kämpfen? Ich muss ruhig bleiben. Angriff. So, können wir jetzt bitte Rüdiger endlich töten? Rüdiger macht echt Angst mit seiner neuen Form. Völlig wahnsinniger Rüdiger. Oh nein, er ist völlig wahnsinnig geworden. Ich hoffe, dass ich diesen Insider euch nicht erklären muss. Der sollte sich von selber erklären. Hingabe. Können wir doch was auch immer. So, wir werden ihm einfach mal ein Buddy gegeben, weil Hendrik darf ja auch einfach mal super effective. Er klatscht, ich glaube. Join me, Moritz, Vater, and I will make you face the greatest in WoW. Or else you will get banned. Selbst wenn, dann bin ich in einen Tag eh wieder auf Level 8. Ja, mein Vater kann auf jeden Fall never grind me. Grind me. Grind me. Ja, ja, Gefühle. Oh nein, Audio Spam. Oh. Audio Spam. Sars. Wieso? Heftig, heftig, heftig. Wir werden mal ein bisschen Wind beschwören. Alex floppt einfach normal und Hendrik beschwörte den Zaun Odins. Ja, Wind, Kali im Doha. So, er macht nicht mehr so viel Schaden. Aber wenigstens ist Hendrik einfach unsere mächtigste Waffe. No, not in the pit. It burns. Ja, ja, los weiter. No, you haven't seen the laughs of me. Warte, du hast wirklich einen perfekten Job darin gemacht, mir Rüdigers Nervlichkeit einfach zu zeigen. Ich kann es nicht widerstehen. Es nervt mich. Ich will ihm gerade wirklich auf die Fresse hauen. Du kommst ja auch schön mit uns pumpen. Oh nein, das mag er nicht. Wir haben ihn besiegt. Danke. Danke, ich muss mir keine Audio Spam gelabert mehr anhören. Matses Umarmung was found. Matses Umarmung was found. Nein. Ich habe mich gerade gefreut. Und jetzt wieder das. Ich kann euch wirklich versichern, dass ich das nicht schauspiele. Dieses verdammte Lied macht mich fertig, ey. Ah, da kriege ich eine ganz eklige Gänsehaut. Rüdiger ist jetzt mit dabei. We off. Yay, und da ist ein unlogisches Fass. Hat Rüdiger das Fass im Arsch gehabt? Es kam einfach aus ihm raus. Aber wir werden erstmal speichern. WeHawk der Laute. Er ist Audio Spammer. Ihr glaubt übrigens gar nicht für alle, die die WeHawk IP kennen. Und noch nie mit ihm in einem Skype Gespräch gewesen sind. Euch ist nicht klar, welche Ausmaße das haben kann, wenn man WeHawk Audio Spam lässt. Das ist ein 30-minütiger, wenn nicht gar längerer Showdown. Der absurdesten Dinge, die ihr je hören werdet. Die nach mindestens 5 Minuten euch in den Wahnsinn treiben. Ihr werdet quasi völlig verrückt. Völlig wahnsinnig. So, was hat der hier? Blablablabla. Hat ganz schön viel. Super Gehirnung. Super Gehirnung. Und Schnellung hat er so viel. Wir wollten erstmal gerade speichern. So, dann sind auch unsere Truppe endlich zu Ende. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ach, das hatten wir eben schon. Wir gucken uns erstmal Peter Lustigs Buch an. Er kann Sieß, Suß, Säß, Saß und Sieß. Das sind einfach nur Audio Spams. Ein Spezialvokel. Audio Spam. Säß oder ist mächtiger als Sieß, Saß, Suß und Sieß. Oder wie auch immer. Wir gucken uns Sachen an. Wir haben nämlich jetzt Matzes Umarmung. Macht fit. 50% Leben und 50% PLRP. Oh, das ist nicht schlecht. So, dann hatten wir noch hier Nehmes. Nehmes. Genau so war das. Was hat Rüdiger denn? Nichts. Rüdiger ist einfach nur arm und schlecht. Aber wir wissen ja, dass wir voll ein guter N64 Let's Place kaufen können. Und das dumme Fass, auf dem Rüdiger jetzt steht, oder ist das... Ja. Ist einfach noch da. Was übrigens auch witzig ist, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, ist, wir dürfen jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Es sind... Die Musik wird wieder schneller. Die Musik wird wieder schneller. Und es wird nicht repetitiv wiederholende. Eine. Behinderte. Dumme. Grüne Fläche entlang bewegt. Und anschaut. Mann. Mein Leben macht Spaß. Oh Gott. Matze, ich... Ich hasse dich. Ich hab bald keine Kraft mehr, um überhaupt noch jemals was zu sagen. Dieser Part verstört mich. Wahrscheinlich doppelt so viel wie die meisten von euch. Und übrigens, ich sprinte schon. Das hier ist normale Geschwindigkeit. Ich kann nicht schneller laufen. Wenigstens weiß ich, dass du nicht viel Spaß gehabt haben musst, als du diesen blöden Gang hier entworfen hast. Das ist doch schon mal eine Befriedigung, wa? Ich will nichts mehr sagen. Ja, ohne Witz, ich muss gleich eine Aufnahmepause machen, weil ich mich sonst echt aus dem Fenster schmeiße, dafür, dass ich jetzt gerade ungefähr 20 Minuten Candyland hören musste. So, fertig. Ich hab fertig. Die Frage, die sich übrigens mir stellt, ist, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich hab die dritte Stadt auch noch fertig. Egal, wir laufen erstmal ganz kurz, wenn wir sowieso die Zeit haben, zum unlogischsten Shop aller Zeiten. Und zwar hier. Oh ja, Matze, Gopi! Hab ich ganz vergessen. Ja, komm kaufen, du Arsch! So, sorry, Matze, Gopi, dass ich dich aus deinem Versteck herklapp habe. Ich will ihn nochmal vorher speichern. Beziehungsweise beim Buch des Schreibers meine Taten verewglichen, damit auch für die Nachwelt immer gesorgt sein wird. Ist das nicht romantisch? So! Ha! Jetzt wird gespeichert und ich, äh, ja, sag fürs Erste einfach mal Tschüss! Danke fürs Zusehen! Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Dieses charmante Projekt neigt sich dem Ende zu. Und auch wenn diese Episode von Chainsaw Man darauf ausgelegt wurde, mich zu quälen, was sie auch definitiv geschafft hat, war sie ja eine schöne Episode. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr bringt euch nicht um. nach dieser tollen Folge. Ich werde es zumindest versuchen, nicht zu machen. Und bis dann. Geil!